Michael Wojtyla oder wie auch immer Wojtyla vom TP Johannes Nürnberg gegen James Wagner alias Luther Wagner vom TV Janschweinau Nürnberg der Mann mit dem handgeschnitzten Schlägergriff der vierte Satz 2 zu 1 für Wagner So, mir hat er was anderes erzählt Mir hat er erzählt, er hätte den dritten 16 zu 14 verloren Ja, trotz Beckerhecht und er hat den dritten 1 für Wagner und er hat den dritten 1 für Wagner und er hat den dritten 1 für Wagner Vielen Dank.